Hallihah Lülle und willkommen zu diesem YouTube Video. Ich werde morgen was ganz besonderes machen. Jetzt gibt es ein Special Announcement und zwar gibt es morgen einen fetten Charity Stream. Wir haben ja schon mal, letztes Jahr habe ich einen Charity Stream gemacht zusammen mit Felix und Murat und es kam eine ganze Menge zusammen. Das war richtig schön. Ich selber hatte gesagt, pass auf, 10% aller Rinnings werden gespendet und da habe ich direkt das 22 Dollar Double Doos, einer meiner Top Buy-ins damals, geschippt für 16.000 Dollar. Morgen wird es ein bisschen anders ablaufen und zwar hatte ich ein sehr erfolgreiches Jahr und ich möchte von meinen Rinnings 5.300 Dollar spenden und möchte mich damit nicht groß profilieren. Ich möchte einfach dazu Leute ermutigen, auch einen Teil von ihrem Geld zu spenden. Ich werde das Geld allerdings morgen nicht direkt spenden, sondern ich werde das 5.300 Dollar Party Poker Millions spielen, das größte Online-Turnier aller Zeiten und egal wie viel ich cache, ob es ein Min-Cache ist oder ob ich das Turnier schippe für 2,5 Millionen, es wird zu 100% gespendet und ja, also nichts für die Maus, aber der Deep Run ist dann Incoming hoffentlich. Nee, also ja, viele, viele haben mich gefragt, werde ich die Medien spielen? Ich habe immer gesagt, nein, ich werde vielleicht mal Satellite spielen, weil es ja super gute Value Satellite gab, mit 4 Added Tickets. Ja, bin aber nicht qualifiziert und werde es jetzt spielen für Charities. Es wäre nämlich so einfach zu hoch von der Varianz von meiner Bankroll, dass ich ein 5K spiele. Es ist allerdings so, dass auch viele Freizeitspieler durch die ganzen Satellites drinnen sein werden. Es werden aber auch die besten Spieler der Welt drinnen sein. Drei-Tages-Event, Sonntagabend geht es los. Ihr könnt auch alle Charity machen, ihr könnt spenden. Das Ganze geht an die Sambia e.V. Organisation und zwar ist das eine Organisation, wo alles komplett vor Ort landet. Die haben Verwaltungsgebühren von unter 0,3% halt für Briefmarken etc. paar Sachen sind, aber ansonsten landet wirklich alles da. Es wird ehrenamtlich aus Deutschland gearbeitet und ja, eine coole Organisation, die ich über meinen Vater durch einen Bekannten halt kennenlernen durfte oder entdecken durfte. Und ja, ihr könnt im Stream einfach dann donaten. Die Donation kommen dann alle direkt da an. Und natürlich auch wenn ihr hier auf YouTube das seht und nicht am Stream teilnehmen könnt, ich packe unten auch nochmal den Link rein. Der wird allerdings erst am Sonntag drinnen sein, dann ist alles fertig soweit eingerichtet. Und ja, dann freue ich mich, wenn ganz viele natürlich da sind, wenn viele einfach das Ganze supporten oder auch einfach natürlich mitkommen in den Stream und einfach mit Railen, mit Fiebern. Und natürlich würde ich auch viele von euch auffordern, ihr könnt einfach bei mir auf den Discord gehen oder auch morgen in dem Twitch-Chat sagen und sagen, hey, ich bin auch dabei, 10% aller meiner Caches spende ich. Also, dass ihr mit 10% dabei seid. Wenn ihr dabei seid, dann listen wir euch in der Liste auf und ja, bei einem Deep Run wird dann natürlich auch gerailt. Also kommt morgen rein. Ich freue mich, wenn viele einfach sagen, in Poker-Deutschland, die deutsche Twitch-Community, YouTube-Community sagt, hey, ich bin dabei, 10% aller meiner Caches im Sunday-Grind werden gespendet. Ja, einfach hier unten der Link ab morgen auch drin editiert. Ansonsten bei mir im Stream ausruhtzeichen Charity. Und ja, ich freue mich drauf, sage in dem Sinne, peace out und wir sehen uns morgen.